Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder zurück, die Stimmungskanonen, die vier Chaoten in Diablo 3. Einmal hier mit dem Noxus. Servus. Mit dem Acid. Und mit dem Rivano. Ja hallo Freunde. Mega geil. Mit dem Aborted und der Skelettenkling ist tot. Der Aborted. Acker Roland. Ja boah. So dann geht's ab hier. Ah ich muss mal gucken. Ich muss auf jeden Fall gleich ein bisschen rumbasteln. Ich glaube es wisst ihr was Aborted auf Deutsch heißt? Was denn? Ah, anotiert. Abgetrieben. Echt? Ja. Ja so kann man sich natürlich auch Namen geben. Da wurde ich mal beim Counter-Strike-Spiel gefragt. Hey, wurdest du wirklich abgetrieben? Und ich so ey, ich spiel doch gerade gegen dich. Hallo? Scheiße. Äh, er ist trist und ja immer reiner. In die Big City. Wenn die frech, weil, wenn du richtig frech wärst, hättest du einfach da drauf geantwortet, ja von deiner Mutter. Es ist immer die Mama, die arme Mama. Ja ist gut jetzt hier. Okay jetzt gehen wir mal raus hier. Und du lässt den Ring springen? Echt? Ja ist bei mir was ein Schulterschutz. Oh, okay. Oh, der ist nett. Der ist nett. Ah, Prost. Oh, ey Scheiße. Oh, ey, was hab ich denn da? Hab ich das gar nicht gesehen. Okay. Weg mit dem Scheiß. Es ist ja unterschiedliche Sachen vor allem geil. Ach, dann hab ich bekommen, ne? Ja. Ja geil, ich hab ja voll den geilen Schulterschutz bekommen. 6% mehr Damage. So, kann ich eigentlich schon was basteln? Ich wollte das immer die ganze Zeit wissen. Schulterschutz wär toll, ja. Schulterschutz wär richtig toll. Gegenstände wiederverwerten. Yeah. Was krieg ich denn da? Ich kann auch keine Schulter machen. Kannst du nicht. Schutt noch Schulter. Nee, kann man glaube ich erst mit Schulter. Glaub Level 12. Nee, 13, 14. Ich weiß nicht. Ich brauch ein verdammtes Schild und der hat einen echt nur Scheiß hier. Juntletoken. Ist ja lächerlich. Ist ja lächerlich. Geh, schau das. Schau dir mal in Schau das. Ich kann von dem Händler nur ein paar Schuhe kaufen. Alles andere ist über meinem Level. Geil. Was habt ihr so an Schaden? Einmal Schadensabgleich bitte. 191,72. 181. 171. Okay, ja ich hab 180 mit. Mit euren Buffs aber nur. Lol, ich bin mit dem Schaden gleich bei euch. Ja, du hast ja 200 von Marsen. Wie viel Tafness? Tafness, 12.000. Sag mal 12.000. Ah ja, nur. 11.932. Aber der ist doch kein Problem. What? Wie viel? Ja, Paragon. Ja, Paragon. Macht schon viel aus, der Scheiß. Ich hab 5.000. Echt 4.000. Äh, wir müssen zum Friedhof. Okay, wir kommen. Ich bin da, wo seid ihr. Ihr könnt zu mir porten. Achso, zu dir. Ja, wo ist er denn? Ach der hat 12.000. Ich räume es mal hier auf. Ja. Nee, komm. Porten wir alle zu Assids, sonst ist er so allein, allein, allein. Oh Gott, ich hab jetzt eine supergeile Waffe mit mehr Schaden und was hab ich? Einen kleinen Mini durch in der Hand, ey. Nice. Der größte Barbar mit der kleinsten Waffe. So mag ich das. Das sieht extrem männlich aus. Ja. Alter, das ist bis zu einem Brotmesser ist das. Hier, Rivano, du hast ja so einen Fingernag gefunden. Was hab ich? Der hängt so komisch. Jaja, ein ganz langer Blutiger. Leck mich am Arsch. Na egal, Hauptsache ich mach Schaden. Oh, ich hab explodierende Hände bekommen. Sehr nice. Jetzt schon? Ja. Alter, machst du damage. Ein Level brauch ich noch. Ein verkorkstet Level. Weißt du, und wir waren so am Anfang, ja, das sind Level 1, denkst du, das klappt so alles? Ja, gut, die wusste. Yo, Claude hat mit Level 1 so viel damage gemacht wie wir jetzt. Ja, das Problem ist, ich wusste nicht, dass der so auf Paragon ist. Wenn ich mit meinen 419 Paragon komme, dann würde ich auch durchrennen hier. Ja, aber der geht ja eh nicht in der Season. Nee. Leider nicht. Aber wir kriegen das ja später auch Paragon, wir zocken ja mit Sicherheit in der Saison auch noch Paragon, wenn wir Level 70 sind. Wenn wir die Season fettig sind, geht's weiter mit den nächsten. Ja. Ich muss halt immer wieder neu anfangen, aber der Baba ist einfach geil, ey, weil ich geh auf Uhr an, ich mach die so, dass die immer da sind, also nicht sterben und, oh, da rasten nicht voll aus. Ich weiß gar nicht, ob die Uhr an jetzt doch so geil sind. Ich kenn mich mit dem Baba eigentlich gar nicht aus. Ja, die haben früher alles weggeräumt, ne? Die sind einfach so nügegelangt. Hier oben, hier oben. Ja, ja, ich will alles durchsuchen, weißt du? Früher. An den Dienlander, pass auf, die großen Kühe können dich one-shotten. Hm. Das kennen wir. Oh, 20, mächtig und magisch, cool. Nice. Jetzt muss ich... Nein, magisch und mächtig. Ja, ja. Ich bin trotzdem prächtig. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mich eben ausleveln, hier. Die Dauer ihrer Schreie wird verdoppelt. Ah, ich hab jetzt Schrei, okay. Äh, Waffenmeister. Ah, ja, Waffenmeister hau ich rein. Ach, weißt du, was ich hier muss? Oh, ich kann nicht, weil wir kämpfen. Hier steht er rum und ich klopp als Truff und es weiß ich nicht. So, stopp. Mach ich los. Stopp. Was ist los? Ich war grad am, äh, skillen. Ja, ich weiß. Ja. Hab ich irgendwas verpasst? Nee, ich klopp alles drauf und ihr steht da einfach rum. Ich bin unbeschäftigt. So, Wirbelwind hab ich jetzt. Geil, hab ich voll Bock drauf. Ist in der Runde Wirbelwind spielen hier. Äh, das hab ich, das hab ich. Aber da war dann noch was. Also die Wallwind-Barbs sind echt übel manchmal. Oh, ja. Also, was ich jetzt letztens um uns gesehen hab, die rushen einfach durch bei T6 und dann das Feierabend. Ja, ja. Dass der nicht kotzt? Ja, das ist Pilot ist das. Immer wenn der kotzt, dreht er sich so schnell, dass die kotze wieder in seinem Mund landet. Mh, alter. Ich hoffe, ihr habt alles schon gegessen zu Hause, liebe Freunde. Ja, um 14 Uhr. Ist mit dem Mittag draußen. Mit dem Mittag krieg ich Hunger wie Sau. Mh, den kotzt oder was? Da kriegt der Hunger, okay, alles klar. Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Erstmal Gulasch spachteln, wenn geht's los? Gulasch wird's kalt. Mein Problem ist, dass ich immer Hunger habe. Geht so barbar. Ja, tschüss. Außer ich hab'n fettes Rumsteak gegessen und dann bin ich erstmal 10 Minuten satt. Apropos Rumsteak, ich hab' noch Rumgekühltrank. Alter. Ach, geil. Na, macht auf jeden Fall schon mehr Spaß hier, der Wirbelwind hier. Ja, lala. Ach, guck an, wie ist da die Höhle, dass man da rein muss? Weißt du, wo ist ein Loch? Ah, die haben's jetzt aber modifiziert. Ich kann gedrückt halten und dann kann ich mit der Maus bewegen, sonst musst du's immer mal öfters drücken. Cool. Die haben's modifiziert, Junge. Die Mutti hat's fiziert. Ah, cool, ne Höhle. Oder ist das schon die Mission Höhle hier? Das ist die Mission Höhle. Also, da müssen alle durchsuchen. Da gibt's nämlich eine mit so einem Schatz und da ist wieder die Chance auf Legendary. Das heißt, das gibt's in fast allen, das ist Zufall. Ja, aber, äh, ist aber ein bisschen erhöht. Die Prozente sind ein bisschen höher. Die Prozente, die Prozente. Ja, doch, das steht auf der Seite, das in, äh... Manche, ey, manche Waffen haben hier eine Prozente von 0,063. Ja, aber ich meine allgemein, äh, die Fund-Chance ist ein bisschen höher. Ey, ich glaube, ich spiele da mal wieder mit meinem Demon Hunter. Blalalala. Blalalala. Nach Diablo. Äh, nach GDR. Nach GDR. Nach GDR. Oh, eine Blutige. Hey, Demon Hunter, ich hab vielleicht was für dich. Guck mal, hier eine Armbrust. Eine, eine, eine arme Brust. Ja, die hilft mir sogar. Ja, Brust gesagt. Und vor allem. Diese böse Mönche. Ja, ja. Hey, Mannen. Menschen sind da, ey, die Menschen. Oh, geil, wie die wegplatzen. Also, die Menschen... Was hat denn das für ein Dingel tun? Geil. Was ist hier grad... Aber die Menschen haben hier echt, äh, eine schlechte Rolle in dem Game. Die sind so schwach. Selbst auf T irgendwas. Die sind echt mega schlappig. Hey, hm. Ich hab 14.000 Erfahrungspunkte erhalten. Back to Cain. Ab geht er. Ja, Moment. Ab zu Cain. Hallo, Reeves. Einmal BDT drücken für Tactical Portal. Was ist noch so ein Tactical Portal? Verwenden Sie die Crane-Gonig. Aha, aha. Was hab ich da? Ein Sammelwurz? Wir haben es wert bekommen. Willst du es wert haben? Oh, ernsthaft? Willst du kriegen einen Schulterschutz mit Stärke? Echt? Äh, zeig mal. Ja. Äh, nee. Hier, brauchst du, äh, hier. Ich schau mal. Leg mal hin, das Schwert-Ding. Äh, Stärke-Ding. Habt ihr es verkauft, oder was? Nee, nee. Liegt hier. Ah. Go to the Drown Temple. Ab auf die 40. Schade. Hilft mir leider auch nicht. Ah, schade. Alter, ist nur das. Dann zieh ich es trotzdem an. Ach so. Scheiße. Soll ich verkaufen? Warte kurz wieder. Welches war das jetzt? Äh, keine Ahnung. So ein gelbes? Ne, Schulterschutz, ne? Ja, Schulter. Ja. Ich häng schon am Wasser, Junge. Wo seid ihr? Wir kommen, wir haben immer Schulter. Der hat mir meinen Schulterschutz geklaut. Nee, hab ich doch. Ich wollte es, ich höre es dann. Hier ist alles so feucht. Ich bin der übelste Händler, siehst du ja. Ich verkauf alles. Hier ist alles so feucht. Alter. Ich mach doch Nado. Immer drauf, immer drauf. Aber ich glaube, ich gehe auch noch ein bisschen auf das Pferd. Weil das Pferd finde ich eigentlich ganz geil. Äh. Ja, es macht echt Spaß. Ich freue mich, wenn er die Mantras aktiviert. Äh, dann geht's ab hier mit, ähm... Wie funktioniert das eigentlich mit den Mantras? Äh, trinkst du, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, genau so wie bei dir. Ja, die Mantras für allen Mantras. Ja, die, wenn ihr die... Dann dauert Full Damage all Mantras. Ja, ihr braucht halt hinterher das Set, ähm... Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ähm... Für alle Mantras. Das sind die dauerhaft an. Alle vier. Inas Set. Inas Gesang auch. Dann musst du auf jeden Fall, das ist cool. Ich glaube, drei Teile mit dem Ring. Mit dem königlichen Punktring. Da brauchst du nicht so viele Teile. Und da kannst du schon ordentlich was machen, ja. Einundzwanzig. Ich auch. Nice. Weil mein Hammer hat zu fallen. Mh... Hammerfall. Ein wütender Ansturm habe ich jetzt. Oh, ich bin ein wütender Anstürmer. Gibt es hier irgendwas geiles? Weiß ich nicht. Gibt es was geiles? Was? Lauf, voila. Ich muss das immer alles... Alles mal ganz kurz hier... Anvisieren hier. Achso, ich habe doch, glaube ich, jetzt Kriegsschrei, oder? Muss ich gleich mal bei Wut gucken oder bei Drohruf. Dann kann ich uns nämlich auch noch verbessern. Wartet mal, bitte. Wo war denn Schrumm... Nee, Kampfrausch, Kriegsschrei erst ab 28. Und Kampfrausch gibt es ab 22. Weil dann kann ich... Kampfrausch, den es hier gibt, ist in der Bar. Kann ich euch... Kann ich euch... Äh, eins noch! Boah! Da hat es den... Da hat es den Asset gelünscht, ey. Ihr habt das gesehen? Ja, ich habe es gerade gesagt vor und noch. Nee, ich habe es gar nicht mehr gehört. Nieder mit dem Rave! Nur, das Problem war, äh, bei mir hat es geleckt. Ah! Ja, ich wollte ja noch weg. Ich habe es gesehen, wo der sich aufgeladen hat. Uff, hat geleckt, yo! Junge, hier ist ein Feuer. Ich habe Hunger. Hier hast du noch ein Gulasch. Guck, das kocht noch. Baba, 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 baba. Aber jetzt macht mir das noch mehr Hunger. Das ist doof. Gulasch aus dem Gulasch-Kanone wäre jetzt echt geil. Mmm, direkt in den Mund rein, oder? Müsste man neben dem PC stehen haben, wo die kleinen Fleischstücke in deinem Mund geschossen werden. Kennst du auch die Gulasch-Kanone? Ich kenne alles, was mit Fleisch zu tun hat. Ja, ja, ja. Das ist einfach ein Behälter mit 20 Liter oder sowas. Gab es immer bei Bunt. 20 Liter Fleisch, oder was? Ja, das ist so ein fahrbarer Ofen mit einem Top daneben. Der Leute, der hat Ideen. Ich kenne auch den Bierhelm. Oh Gott. Ja, das ist langweilig. Was? Wieso? Beim Zocken schön mit dem Strohhalm hier, zack, und dann neben Hetze. Wir sind alle ein Fan der Gießkanne. Der Gießkanne. Direkte Dusche, hm? Bierdusche. Hm, klebt ein bisschen. Okay, wir gehen aber erst links lang. Ich will alles durchsuchen. Ich will alles. Ah, der hat doch schon eine Mantra an, oder? Stärkung. Nee, das ist von... Nee, nee, das war der Pilon gerade eben. Ah, jo. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir sind doch stärker geworden jetzt. So, erstmal alles drauf hier. Ich fühle mich immer noch so nackt. Nee, ich bin schon, also mit meinem Tornado, finde ich, das macht schon Spaß. Ich heile mich vor allem dabei die ganze Zeit. Nebensaugen. Ja, das macht so Spaß. Was? Saugen, was? Ich sauge mir das Leben aus den Gegnern heraus mit meinem kleinen Mini-Dool. Du, Lutscher. Was? Was saugen, du Lutscher? Ah, da ist der Geheimgang. Ja, da ist auf jeden Fall ein Ding drin. Ein... Ich komme gleich, ich habe noch was am Hut. Was? Was ist los? Ich bin schon drin. Warte, ne, nicht die Kiste öffnen, warten. Oh, toll. Zweimal Gelder, was ist das für Scheiß? Ist mal nur Gold drin, ist nix. Nee, das ist aber normalerweise... Normalerweise ist hier eigentlich immer ein Buch drin gewesen zum Anklicken, sehr merkwürdig. Vielleicht für dich nicht. Ach, ne, da gibt es verschiedene Hütten, so war es gewesen. Okay, alles gut. Manchmal steht da auch ein Händler drin. Das Ding ist einfach komplett random, gewöhnlich dran. Random? Ja, ich kenne das ja. Okay, der Dolch ist kacke. Warum denn? Random, weißt du, Genetide. Ja, wieso denn? Boah, ich finde das so geil mit meinem Drehtornado. Das macht so Spaß. Guck mal. Lalalalalalalala. Verbrauchtes Drehen nicht nur gut. Wichtig. Ja, das kam, ich weiß, ob man das wieder aufladen kann. Du kannst dich so bauen, dass du, du gibst irgendeine Runde durch Kripp erzeugst du gut und dann baust du ihn auf Kripp und so willst du noch durch. Ja, das war ja. Geht das doch wieder, aber damals haben wir das mal unterbunden, dass man immer mal einen kleinen Stocker. Du hast gesagt, du hast das seit zwei Jahren nicht mehr gespielt? Ja, anderthalb Jahren. Ja, ja. Ja, ja, damals haben sie das echt mal kotzreich unterbunden. Krass. Dann hat keiner mehr in Barbar gespielt und dann ist wieder los. Ja. Ah, okay, wir erlauben euch das wieder. Ja, am stärksten, also am stärksten ist trotzdem noch der Dämonenjäger, also mit seinen Tauern, der haut alles weg. Der Dämonenjäger ist halt eine Glaskanone. Er trifft den Gegner einmal, Gegner ist weg, wird er selbst einmal getroffen, ist er auch weg. Ja, aber auch für PvP ist der unmenschlich stark. Also, wenn ich mit meinem Spiel und ich stelle die fünf Türme hin, mache mich unsichtbar und ihr kommt an, ihr seid sofort tot. Die ballern einmal drauf, die fünf Türme und dann ist Feierabend. Also, da ist schon, der ist schon übertrieben, aber so gegen PvE ist schon heftig, ja. Da musst du echt aufpassen, mal einmal berühren, dann fällt er oben gerade bei T10 oder sowas. Jawohl, T10 ist übel. Der Terminator 10. Nein. Naja, ich weiß nicht, ich glaube, wir können sogar schon fast lang zur Mission, oder? Nein, die haben wir schon blau. Ah, okay, die wollen wir noch holen, ja. Oh Gott, aua, 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 aua. Alter, bist du blau oder was? Ich weiß nicht warum, aber die haben gerade voll dämlich gemacht. Hm, der hat wieder ein Level. Der ist, der hat wieder Level. Der Wälzer, der Wälzer. Oh, ich hasse diese Giftbäume, die gehen mir echt am Sack. Da sehe ich die Bäume, das sind seine Samen. Ah. Die Samen. Warte. Er hat giftige Samen, unterbindet ihn. Besamung. Äh, das wäre nicht. Äh, warte mal, ich habe einen Trupp aus. Äh, wer braucht den Quark nochmal mit Intelligenz? Ja, keiner von uns. Keiner, aber ich habe hier noch meine Armbrust. Hilfe, ich brauche hier Hilfe. Komme. Äh, wo ist am Große? Ich habe hier so kleine, dreckige, kleine, dreckige habe ich hier. Oh, falsche Richtung gerannt. Moment, ich kann es mal einhören. Habe ich schon, habe ich schon kleine, dreckige erwähnt? Hallo, überhaupt noch eine kleine, dreckige. Alter, wir haben hier glaube ich gerade einen dicke Party Alarm hier. Ich habe alles. Party Alarm. Wo ist denn Mr. Paragon? Da ist er. Nox, sie hat schon wieder Level. Dreckig. Wieso habe ich eben eigentlich die Waffe weggeschmissen? Weiß ja nicht. Warum hast du die Waffe weggeworfen? Weggecrafted. Ne, es gibt doch mittlerweile auch den Würfel. Scheiße hätte ich den Effekt brauchen können. So, bevor wir jetzt weiterlaufen. Ich muss mal ganz kurz dann skillen hier. Ich könnte, kann sein, dass ich, dass ich uns jetzt ein bisschen verbessern kann. Kampffrauch. Ich verfallte in einen Kampffrauch. Ich verfallte in einen Kampffrauch. Ja, ich liebe den Kampffrauch. Das ist einfach, und hier, da haben wir noch Raserei bin ich. Wandelt den Schaden von Raserei in Kälteschaden um. Bei jedem Schlagbeschaden erscheint, dass das zusätzliche durchschlagende Axt auf einen Gegner fällt. Ne, dann machen wir das hier. Dann kann ich die einfrieren. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Unterdrücke Schmerzen. Wie denn das? 50% Immunität gegen alles. Auch geil, dann bin ich immun. Könnte ich mich komplett umbauen hier, aber ich lasse das jetzt mal so, weil ich stampfen nicht. Hier unten ist doch noch eine Höhle, ne? Ja, da gehen wir noch rein. Die Höhle möchte ich noch durchnehmen. Den Höhleneingang säubern. Ich bin voll. Machen wir mal die Raserei an hier. Da rasst die nämlich voll aus. Geht das nicht auch nicht? Oh Gott. Auf ins Loch. Ich komm einfach mal. Hey! Wo sind denn die Blauen? Kommt ins Loch, liebe Leute. In das Loch müsst ihr. Oh, ich sterb. Ich bin tot. Ne, ne. Immer cool bleiben. Ich glaub ich muss mir echt die Immunität rein donnern hier, ey. Immunität? Schmerzen. Ne, die muss. Ja, die machen halt die Scheiß. Ne, weißt du schon. Wenn immer noch. Oh, 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 oh. Mach mal die Heizung aus. Aua, aua. Ich bin in Vollmontur. Mach die Heizung aus. Oh, 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 oh. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie auch Heilung haben, ey. Ich freu mich auf meinen Kampfrausch. Ja, unten steht eine. Ah, ja. Die hab ich auch schon verwendet. Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Ich muss mir die Immunität rein machen, auf jeden Fall. Weil stampfen bringt bei den fetten Hobbits nix. Ne, ne. Zu schwach dafür. Immer drauf. Immer auf den kleinen fetten hier. Ja. Einer ist tot. Ja. Immer drauf. Ja. Ja. Hier ist Stimmung. Und drauf. Mein Tornado. Ja. Schön. Bumsen. Okay. Ich hab ihn. War doch easy. Schwer. Oh, schöne Stiefel hab ich bekommen. Mega Man Stiefel. Ich hab alles plus 8%. Das ist doch herrlich. Wartet. Ich muss mal ganz kurz die politische Immunität machen. Die zwei Hände wolltest du nett haben, ne? Magst du vielleicht den haben? Also irgendeiner hier. Den da. Oh, das ist gut. Das ist echt gut. Jetzt hab ich die ganzen Zustände hier. Was haben wir denn hier überwältigen? Nur klar, dass du Zustände hast. Naja. Alles weg damit. Toll. Kinder, wir sind bei 20 Minuten, ne? Ja. Dann würde ich sagen, Roland, dein Auftritt. Komm mal zu uns. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch definitiv Spaß gemacht. Wir Verrückten hier werden hier weiter hinleveln in Diablo 3. Und wir bedanken uns natürlich für euer Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.